Der kann von mir erst nachts weiter arbeiten. Hat erstmal nichts zu tun, das ist okay. Das fortschrittliche Stahlwerk wird gleich gebaut, oder gleich ausgebaut, äh genutzt. So. Ich kann das echt nirgendwo weiter hinbauen. Moment. Die Wetterwarte. Nach Winterheim. Auf zur Kohle-Mine. Ja. Hält sich in Grenzen mit der Hoffnung. Ja, jetzt gibt es langsam nichts mehr zu tun. Nacht ist gekommen. Schau deinen Weg. Immerhin. Neun die Stunde ist okay. So, weniger als das hier. Aber es ist nicht schlecht. Gefällt Stahl. Dann fährt er nach. Danke. hört auf zu glaube muss ich das gerade machen schneeklippe gut ich kann einen machen gerne die hoffnung ist gerade echt im keller gut gehen wir mal auf glauben was los so ruhig da ist was muss ich dafür machen muss aber noch die hoffnung hoch kriegen auch die palliativ patienten werden langsam wenig habe ich das gefühl das hier läuft gut ist auch ok kümmern euch um das massiven holz zuwachs was super ist ja versteckte höhle das nächste mach ich tatsächlich noch ein paar werkstätten das war der nächste kohle auf dem hält das noch zwei tage muss dann langsam ein paar holzkohle meiler machen ja 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 ich kann ruhig ein bisschen weniger arbeiten tatsächlich muss die hoffnung höher kriegen ok holz brauchen wir jetzt zwar gerade noch nicht aber es ist nicht schlecht obwohl andererseits wir brauchen holz weiter gehts das hier ist wahrscheinlich auch nicht verkehrt ich könnte es mal normal arbeiten finde ich nicht klick mal hin wir müssen die hoffen um den griff kriegen bitte essen ok ihr dürft doch weiter hart arbeiten aus dieser mache ich die heizkörper besser kolumine ok nehmen wir nur die machen wir nur das und gehen zu den frischhausequellen bis gehen die da hoch auch mehr hoffnung ich will dass ihr alle bleibt jetzt wird ziemlich langsam ungemütig jetzt muss ich was tun die hoffnung muss weiter hoch gehen und zwar Reichweite bitte und ich hätte gerne mehr Holzkohle und als nächstes geben wir auch mehr Häuser auch bessere Häuser beziehungsweise überhaupt erstmal auf Häuser die Lager der Amerikaner Lager der Amerikaner so Haus Heizung ist erlaubt Heizung ist erlaubt Heizung ist erlaubt Heizung ist erlaubt Heizung Heizung Hier arbeitet jetzt noch ein bisschen härter. Ihr kriegt eine Heizung aber dafür. Ah jetzt haben wir nichts für die Baracken scheiße. Abendgebiet oder Scheine? Scheine bitte. Hören wir die Hoffnung noch mehr? Überlebende. Ich muss die Hoffnung noch weiter stellen. Obwohl die Hoffnung eigentlich recht gut ist. Dampfstupe 1 ist okay. Gucken wir mal, dass wir jetzt alles auf Häuser bauen, langsam. Kohle wieder, klingt gut. Gehen wir mal hier auf Holz auf jeden Fall erstmal. Oh ja, da habe ich ein fettes Plus aber am Tag, das ist gut. Ja, da habe ich eine Temporäre Siedlung. Wenn ich einen Hausentwurf habe, kann ich auf jeden Fall erstmal alles auf Häuser aufbauen. Dann machen wir auch die Wärmeisolierung der Häuser. Ich brauche mehr Hoffnung. Ich brauche mehr. Nichts這樣子fest south for nie. Eine neue Mutter. Dann gucken wir uns dann, dass wir auch unsere Stripas verbessern Maybe that error. So, das kann ich jetzt auch machen, aber... Du hörst mal hier auf. Ich brauche bloß noch 10 Holz, das ist echt okay. Ah, ich habe auch so wenig Holz, weil... Wow, 800 Kohle. Das ist sehr viel. Kein Zulauf für die Londoner. Ich noch jemals. So, du kannst direkt weiter hier hin. Die könnt normal arbeiten, weil wir kommen gerade echt gut mit der Kohle hin. Okay. 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 Gut. Nur weiter so. Daut sich wie lange da haben wir einen Rückgang von den Londonern. Da kommt mal Holz rein, sehr gut. Ich lasse die Chance. Time to earn your trip. Tesla City lass ich mal noch. Tesla City ist verdammt gefährlich. Elon Mars kann das bestätigen. Stufe 1 reicht. Ich weiß nicht, ob das auch als Verholzkult dann zählt, wenn wir das machen. Das industrielle Treibhaus würde ich dann gerne noch bauen. Einige Einige im Zeck, wenn wir sitzen, die uns durchgehen hat aus. Lass den reden. Wir können vielleicht auch mal auf normale Rationen zurückgehen. Ihr könnt auch normal arbeiten für dich. Wir machen gerade super schnelle Fortschritte, von daher... Das Ding ist weg. Das Ding ist weg. Das kann Automaton machen. Ja, freu ich mich. Läuft eigentlich gar nicht schlecht. Überlebende. Ich brauche tatsächlich jetzt mehr essen. Das ist jetzt schon wieder noch mehr Vanillismus. Der Tempel. Der allgemeine Hoffnungsbonus ist nie verkehrt. Das ist ja ein Merlon, oder? Aber ich habe noch ein bisschen Zeit. Da könnt ihr euch nichts anhaben. Wird schon passen. Los, mach mal. Oh, coole Sache. Normale Ration. Jetzt wird das Treibhaus bitte fertig gebaut. Verbessert. Das ist doch ziemlich leicht. Aber wir brauchen jetzt in unserer Bahn. Das ist gut. Ich möchte mich richtig darauf machen. Das ist gut. Das ist gut. Ich muss genau so etwas machen. Was ist jetzt schon wieder passiert? Okay. Hoffnung sieht eigentlich super aus, tatsächlich. Äh, Frau Tesla City will ich gerne speichern, weil das so ein Zufallsding ist. Lass auf das Speisehaus bitte. Da ist Hölz drin, da brauche ich noch eins für Stahl. Und dann schaue ich mal weiter, was ich noch mache, wahrscheinlich noch mal Kohle. Ich habe eine Schande. Wer ist hier nicht? Okay. Gut, die ersten verlieren sie jetzt. Okay, sobald das Ding hier durch ist. Der erste hat Hunger, warum, weiß ich nicht. Mehr Wärmedämmung auf jeden Fall. Eigentlich auch mehr Treibhäuser, wenn ich mir das so sehr anschaue. Das passt ja so weit. Hier geht bitte auf Stahl. Hier ist bitte auf Kohle. Gut, sehr gut. So, was gehen wir als nächstes? Sanitätsstation könnte reiterisch besser arbeiten. Dann könnte ich das eigentlich fertig machen, diesen Zweig. Ich könnte das nächste hier machen. Glaubenshüter. Oh, da passt es nicht hin. Dann gehen die da hin. Die Wärmedämmung nehme ich noch mit. Dann habe ich den vielleicht durch. Die Londoner kriegen wir auf jeden Fall auf unserer Seite. Kennen wir alles. Hoffnung ist gerade sehr gut. Tesla City würde ich gerne noch kurz warten, bevor ich das mache. Ich habe hier eigentlich noch die Sachen an. Nein, ist auch nicht notwendig. Ich könnte auch die Automatone dann weiter erbrochen. Oder. Ja, die soll weiter Anhänger verlieren. Die Londoner gehen auch weg. So. Wir haben absolut keine Unzufriedenheit mehr. Wir haben hier. Wir haben massiv viele Rohstoffe. Wir haben massiv viele Rohstoffe. Und die Fabrik. Die Fabrik wäre wahrscheinlich echt nicht verkehrt. Vielleicht kriege ich die Hoffnung gerne noch höher. Dann probieren sie noch schneller ihre Anhänger. schafft die wieder. Das ist kein Pappenstiel. Wow, sind die roch. Ist das jetzt nach unten gegangen? Ich habe auch richtig gehandelt bisher. Schande. Okay, dann speichern wir mal. Was ist da? Puschen. Was kann ich hier herstellen? Dampfkerne! Scheiße auf das Holz. Oh ja, die Sonder verlieren so viele Leute gerade. Wenn ich da permanent Dampfkerne produzieren kann, dann habe ich überhaupt keine Probleme mehr. Die Fabrik haben wir schon mal. Dann bauen wir gleich mal zwei Automatoren, denke ich. Warten wir mal noch kurz darauf, dass das hier fertig ist. Oh, Dampfkerne! Ach komm, Puscherdorf unversehrt lassen. Okay, hier kann ich wieder hochgehen. Oh ja, die Londoner werden jetzt richtig verlieren. Zwei Stunden, das wollte ich dann noch ab. Die Rohstoffe kann ich mir sparen. Haufenweise Dampfkerne. Haufenweise Dampfkerne. Haufenweise Dampfkerne. Haufenweise Dampfkerne. Haufen, das齣 gibt. Ich bin so weit, wie gut. Ich bin so weitermachen, der Wachstum ist. Boah, der hat mit dem Kopfkampf durchgeführt. Und dann hab ich ein persönlich damit gesprochen. Und dann hab ich das mal gesagt, was mir ein bisschen geführt. Ich bin so weiterentwickelt. Ich habe das jetzt irgendwie wie nach dem Kopfkampf. Das bin so weitermachen und ich bin so weitermachen. Was bin so weitermachen. Na los, gib irgendwie die Chance. Gut, jetzt haben wir fertig, Eingliederung von Automation bitte. Zwei Stück, ich werde dann speichern, weil ich nicht mehr weiß, ob hier auch noch die Farbe stand ich immer drauf, oh, ja, okay. Okay, versuchen wir mit ihm zu sprechen. Ich glaube, ich erforsche nochmal neue Speer oder schnellere Außenposten-Team. Was schenke ich mir das hier? Warte mal. 5,7. Im Schnitt ist aber besser, glaube ich. Setz das Projekt fort. Hier können die Nächsten von arbeiten. Das kann ich eigentlich sowas lassen. Das Ding ist leer, da ist nichts mehr zu holen, da ist nichts mehr zu holen, kann weg. Ich muss dann eh gleich einen Automaton abliegen. Also wenn das jetzt nicht hilft, dann weiß ich auch nicht. Eis-Korridor, auch zum Dreadnought. Ah, hier gibt es nochmal Essen. Aber Fisch will ich ja nicht. Oh, die klauen immer mehr. Was? Ach, fickt euch ins Knie. Okay, mal sehen, ob es vorher geladen hat, gespeichert. Dann. Dann.